Wir wissen, dieses Tun ist kein leichter Tanz. Genug an Aufrichtung. Der allein erhebende Ritus, sich Automatismen zu verweigern, beschleunigen, den Weg schon verloren. Denn schnell sich bewegen ist kein Bewegen. Spür jede Geste. Jede Geste soll ansprechend sein. Brustkorb, Schulter und Knie, heute mal anders im Blick. Nicht nur du, auch du, Figur im Raum, und Raum sind der Tanz. Wie wir wissen, ist dieser Tanz kein leichter Tanz. Richte dich neu.